Vorbereitet Das heißt, wir einen Weg in die Kanalisation nehmen Aha, schau, hier habe ich jetzt so mehr Punkte zur Verfügung Da drücke ich einfach drauf und dann fahre ich dorthin Brick Lane Markt, nein, da waren wir nicht, da waren wir doch schon Victoria's Memorial Da wollen wir hin, genau, so Wer muss mal dorthin begeben Das Spiel ist echt cool, es macht wirklich Spaß, aber es ist scheisschwer Also normalerweise ist es mir sehr gewohnt, dass dich zusammen bis erst killen können nachdem du wenig Leben hast, aber hier ist es so, hier ist es Egal, hier kann ich das Zombie instant killen Und das macht, das macht wirklich cool Also es macht es auf jeden Fall schwer So, jetzt hoffe ich nur, dass wir unseren Überlebenden also unseren, der, unseren Chris Tucker finden, weil der hat ja noch unsere Sachen, der hat die Waffe und alles hat er noch Den müssen wir jetzt um die Strecke bringen, also ich hoffe, das gelingt mir Ah, ich sehe endlich was Okay, ja, geht it So, okay, wir sind wieder voll da, äh, äh Ah, hier Ähm, und sorry Leute, ich kann nicht immer so schreien Wie gesagt, wir haben Bauarbeiter da, also jetzt nicht Jetzt sind die weg Und jetzt mache ich das nämlich, ähm Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dann so rumschreie, vielleicht mögt ihr das auch, wenn ich nicht so schreie Ne, ich versuche halt, also ich versuche mich nicht künstlicher aufzurügen, aber Ich sage nur, wenn halt wer da ist, dann lässt du deine Emotionen nicht zu freien Lauf, wie wenn keiner da ist Also, außer mit meiner Mama halt, das ist ja egal, äh, äh, so Okay Der Ort, wo wir gestorben sind Okay Okay, Radar Okay, Radar sagt nichts Oh, Radar hat ausgeschlagen Vor uns bei den Okay, okay, oh mein Gott Ich habe wieder Angst Das ist so schwer bei diesen Protänern, weil du siehst nichts Okay Links von mir sind die Wir locken ihn an Ist das Meere? Es ist nur einer 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 Guck her Guck her Oh Mann, es wird mehr Bξ Wurruh Töre Puff okay, den haben wir oh, alle Sachen nehmen, alle Sachen nehmen 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 weg, weg, weg weg okay, wir haben es geschafft, Leute Freikad entfernen wie ein Boss bin schon mal gespuckt wie ein Boss öffne die Tür wie ein Boss schließen okay wir sind safe leute wir sind safe also sieht zumindest so aus sind keine komischen raum gibt es irgendwas auf ihm zeitungen okay die kann ich mir mal wenn ich zeit auf duch lesen bretter auch danke die machen die barrikade kaputt was bringt die dann überhaupt es sind zwei zombies okay wenn ich mir den rucksack bring it on who is next who is next call me john wayne wer bist denn du geschafft aber gut dafür ist unser karabiner leer also wir haben jetzt die karabiner aufgehoben oder wer war was wer war das kennen wir den der nur eine grüne chipkarte gehabt der energy drink hat er gehabt fat man doch oder du viel bretter also bretter hat er genug dann hat er eine trittmine und bretter und trittmine ja und mein rucksack ist voll okay ich schaue noch schnell in den rucksack ob wir was haben was wir essen wir müssen was essen was können wir denn nehmen was können wir denn essen eine mine haben eigentlich sau viele ich würde sagen wir essen mal die juice ja okay wir haben nicht viel wir haben nicht viel das ist schlecht okay geht eh wurscht wir haben jetzt mal etwas getrunken und ich würde sagen wir nehmen das mit so oder lebt doch wer steht da lebt noch wer da vorne soll noch mehr leben und er hat auch so einen energy drink gehabt oder nichts sondern so eine molotov dings der lebt der steht auf ich werde ihn erlösen so dann kann er mich nicht mehr nerven so oh mein gott da ist ein helikopter abgestürzt oh man das ist viel zu viele was hier ist noch was ist hier was können wir da looten ist da was ach komm irgendwas muss da doch sein raten dass die tote raten drin also auf dem rucksack sind tote raten i mean warte ich lege mal die mine hin also jetzt nicht legen sondern da sind tote raten i mean what the fuck kann ich die essen und durch den verzehr kann die lebensenergie aufgefüllt werden es ist allerdings verdorben verliert man etwas leben was bringt das dann danke jetzt kann ich meine schuhkriegel auch noch essen was hat das dann gebracht das schild durch den verzehr kriegt man doch irgendwas das macht null sind das macht null sind das macht null sind oder lebt der lebt nicht mehr da vorne glaube ich oder lebt da sind ja mehrere hätte ich das gewusst wäre ich nicht mitgekommen was mache ich jetzt ok ok warte 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 wir nehmen wir nehmen die pistole dann wer schuss wir nehmen die pistole ok bring it down ok wir sind wir wissen wir wischen wochen ist keine sorge keine sorge ok oh 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 shit nein oh mein Gott der hat der was mache ich gegen den der hat ihren helm auf jetzt flieg doch um flieg um flieg um flieg um was ist los mit dir was hast du für schädelknochen dude sind die weg oder lebt da das da ist doch wer da ist überdrehen gut okay das war jetzt aber aufregung umsonst quasi kommen die einfach aus dem container okay alles sicher alles sicher ich bin fertig okay krankenwagen oder mini pack oder so damit oder es ist so große kann ich ziemlich viel absuchen wenn ich ehrlich bin aber lassen wir es so wie genug er in seinem Teil ist voll wir müssen ein bisschen was in die Box legen in unserer Safe Zone Wart mal aber da schon noch hin ja ja er war ein Jahr die Blut 6 er hat auf den Kopf hier auf macht den Kopf kaputt so kommt er von da oben das haben wir daran nicht angezeigt Du verräter Schwein, danke Mr. Radar. So ein Midi-Pack geschluckt, was anderes kann ich nicht machen. Ist da was drin, wenigstens? Komm, lass da was drin sein. Natürlich ist da nichts drin. So, was ist da hinten? Ein abgeschützter Helikopter, komm, da muss doch irgendwie, da muss doch was sein, irgendein bisschen, äh, oh nee, da ist zu dunkel. Warte mal, plündern. War klar. Boah. Ah, ich war klar, ich hab damit gewettet, dass da nicht drin ist, okay, mach mal auf. Ich finde ein Werkzeug. Jawohl, ah, okay. Radar, oh, Radar checkt mir da drüben und was für ein Glück. War, wo ich eigentlich nicht hingehen wollte. So. Der Buckingham Palace ist das. Es ist nur einer, da habe ich nicht so viel Angst. Aber, ich verstehe es nicht, manche fliegen bei zwei Schlinge rum. Und manche, manche brauchen mal eine ganze, äh, Kopfbehandlung. Also, okay, da ist ein Maschinengewehr, das ist vielleicht ganz hilfreich. Oh, das ist was leicht. Achso, er lebt noch. Gott, save the Queen. Ich kenne einen Amerikaner. Ähm. Noch was, was ist das? Um drüber. Ja, das ist sehr, sehr intelligent. Danke. So, warte mal, ist da noch was? Aufheben, ja, was denn? Oh, Geschütz-Munition? Ah, okay, dann wird wahrscheinlich eine Wave kommen, die müssen wir killen, okay? Das ist hoffentlich nur einer, weil die Musik gerade so eskaliert. Polisman! Zeig mir da los was! Ja, 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 ist okay, schrei nicht so. Wie fällt der noch aus? Werden die ja sowas geschult in der, in der Zombie-Polizeischule? Wie ist das, Maria? Ja, das wäre gut. Ich lege mal ein so ein Molotow-Scheißding weg. Und nehme dafür das Medipack, was der hatte, auf. Der Medipack. Medipack ist tausendmal mehr wert, weil, äh, viel Leben haben wir nicht. So, okay. Okay, warte mal, was war da? Plündern? Oh! Habt ihr da? Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Extrem viel Munition und Handgranaten! Handgranaten! Was ist das da? Ey, Dietrich! Oh, ja, nehme mal. Okay, Dietrich haben wir. Ich muss nur kurz meine ganzen Sachen, äh, mitnehmen. Geschütz-Munition, für was brauche ich die? Okay. Ich hab ne Granate aufgehoben. Wir, Leute, wir können abspeichern. Das ist das schönste Gefühl, in diesem Spiel speichern zu dürfen. Oh, wir sind, wir sind safe. Karte mit, oh, Moment, da steht, wer hofft, er ist ja aufgestanden. Aktivieren? Was ist denn das? Kann ich damit irgendwelche Waffen bauen? Okay. Aber draußen ist ein Zombie. Wenn mich der Radar nicht anlückt ist, aber, ja. Oh, die Frau ist schnell, die Frau ist schnell, die Frau ist schnell, schnell unterwegs, ihr liebe Dame. Guck mal her. Was? Ich muss schießen! Ich muss schießen, ihr seht das nicht. Okay, ihr seht das von vorne. Oh, mein Gott! Too many! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, oh! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, mein Gott! Habisch, schaff! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, mein Gott, das ist zufrieden! Oh, mein Gott! Okay, das ist zufrieden! Okay, 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 zwei, Kampf! Okay! 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 Ich dachte nicht, dass ich das schaff! Ich dachte nicht, dass ich das schaffe. Wir müssen dringend Mini-Pack aufnehmen und essen. Schnell. Schlafen gehen, abdrehen, guck mal, schlafen gehen, abdrehen, guck mal, schlafen gehen. Schlafen gehen. Was für fatale Folgen hätte das Geld vielleicht gestorben? Da wären Arschvolljombies gewesen. Bis jetzt, ich bin jetzt voll. Drei, zwei, eins, ciao. Lauf! Nooo! Lauf! Dominik, der Server stirbt ab! Ich komme auf das Zimmer. Oh nein, oh nein! No, no, no! Oh, die Kämpfe! Wow! Oh! Dominik, ist das in der Himmel? Ich weiß nicht. Ist das in der Himmel? Und da ist das in der Himmel. Und da ist das in der Himmel. Bis zum nächsten Mal.